Hallo und herzlich willkommen zu Tell Me. Tell Me ist ein Trading-Podcast, der alle relevanten Aspekte des Tradings und Investments für Schweizer Trader aufgreift. Wir sprechen hier jede Woche über Markttrends und interessante Investment-Ideen. Mein Name ist Thomas Kolb und ich begleite Sie zweimal die Woche in die Welt der Börse. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Finanzen.ch und Flowbank. Flowbank ist eine Schweizer Bank mit einer Handelsumgebung für anspruchsvolle Trader und Finanzen.ch ist eine fundierte Quelle für Finanzmarktinformationen in der Schweiz. Bevor wir starten, noch vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertschriften handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Die ist keine Anlageberatung und sie handeln auf eigenes Risiko. Die Schweizerische Nationalbank hat den Leitzins überraschend gesenkt von 1,75 auf 1,5 und damit die Märkte überrascht. Die Begründung liegt in der Inflation. Die ist deutlich stärker zurückgegangen als gedacht und der Trend wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen, so die Nationalbank. Die amerikanische Notenbank hat gestern an ihrer Einschätzung grundsätzlich nichts geändert. Es sollen bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr kommen. Startzeitpunkt sollte Juni 2024 sein. Die Inflation bereitet der amerikanischen Notenbank mittlerweile keine großen Sorgen mehr. Die Steigerungen im Januar und im Februar waren eher auf Sondereinflüsse zurückzuführen, so Chairman Paul gestern. Beim Abbau der FED-Bilanz lag meiner Meinung nach zum einen der Treiber für die Aktienmärkte. Die Notenbank gibt nämlich zu Protokoll, dass der Abbau der Bestände an Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Bonds in naher Zukunft verlangsamt wird. Das bedeutet, dass die Notenbank nicht so stark wie bisher dem Markt Liquidität entzieht. Dass der Bilanzabbau bisher so marktschonend verlief und die Aktienmärkte nicht belastet hat, hat viele Börsianer überrascht. Denn neben den Zinsen ist die Liquiditätsversorgung ein wichtiger Energieversorger für die Aktienmärkte. Und warum der Bilanzabbau jetzt so zügig verlangsamt wird, ist unklar. China soll im großen Stil US-Staatsanleihen abgeben, um sich unabhängiger und weniger angreifbar zu machen. Gold soll angeblich massiv von den Chinesen nachgefragt werden. Das könnte ein Grund sein, warum die Notenbank auf die Bremse tritt. Zum anderen wird ein baldiger Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Amerika in Betracht gezogen. Würde die Arbeitslosenquote sprunghaft ansteigen, müsste die Notenbank mit Zinssenkung reagieren. So hat es Jerome Powell gestern angekündigt. Wie auch immer das zu werten ist, Traders sollten immer das handeln, was man sieht und nicht, was man sich erhofft. Wir sehen steigende Märkte, ein neues Hoch im S&P 500. Die Rezession in den USA ist nicht gekommen und die S-Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Das ist auch die Erkenntnis der Asset-Manager. Die Rezession wird in diesem Jahr nicht mehr gesehen. Bis vor kurzem waren da alle noch deutlich skeptischer. Der Markt schenkt der Inflation auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, sondern richtet den Blick auf Wachstum, das insgesamte Wachstum der Wirtschaft. Wachstum bedeutet am Ende höhere Gewinnerwartungen der Unternehmen. Und die Gewinne werden in Buybacks gesteckt. Aktienrückkaufprogramme und Dividenden. Nur ein geringerer Teil wird wirklich investiert, wenn man mal von diesen benötigten Rechenleistungskapazitäten und KI absieht. Für den Schweizer Aktienmarkt wird nun weiteres Aufholpotenzial gesehen. Durch die überraschende Zinssenkung der Nationalbank wird der Druck auf Schweizer Unternehmen abnehmen. Vor allen Dingen die anstehenden Refinanzierungen werden dann günstiger. Zum anderen wird der Druck vom Schweizer Franken genommen. Die Unternehmen sind es ja gewohnt, mit einer starken Währung umzugehen. Doch zuletzt wurde der Druck höher und die überraschende Zinssenkung gibt hier Potenzial. Bevor wir mit einer unterbewerteten Aktie weitermachen, die 8% Dividende ausschüttet, kommen wir nochmal zu unserem Partner Flowbank. Bei der Schweizer Flowbank handeln sie zu attraktiven Konditionen und profitieren vom Swissbanking. Alle Konten sind durch die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Schweizer Franken abgesichert. Flowbank bietet innovative Tools für anspruchsvolle Trader. Und über die App lässt sich das Konto bequem von überall reichen. Wer sich das genauer anschauen will, geht auf den Link in den Shownotes und hier gibt es auch einen Bonus für TellMe-Zuhörer. Kommen wir zu SES. Der Satellitenbetreiber zahlt im April anteilig Dividende und ist unterbewertet. SES hat gute Zahlen im letzten Jahr abgeliefert. Das Ergebnis beträgt fast eine Milliarde Euro. Im April werden nun 25 Cent ausgeschüttet und im Herbst gibt es dann den zweiten Teil. Zusammen ergibt das 50 Cent und damit eine Dividendenrendite von über 8%. Der Free Cashflow beträgt über 400 Millionen Euro und ein Sondererlös hübschte die Finanzsituation zuletzt auf. In den USA wurde nämlich das sogenannte C-Band verkauft. Dieses ist für den Mobilfunkstandard 5G von hoher Bedeutung. Als Satellitenbetreiber wird das C-Band seit den 70er Jahren für das SAT-Fernsehen genutzt. Im unteren Frequenzbereich wurde aber die Nutzung für den Mobilfunk freigehalten. Und durch den Verkauf des C-Band-Netzwerkes in den USA sind dem Konzern 3 Milliarden Dollar zugeflossen. Und diese Mittel wurden in den Abbau der Schulden gesteckt. SES hat nämlich hohe Verbindlichkeiten, die in den kommenden Jahren auch refinanziert werden müssen. Zudem wird SES das Geld auch nutzen, um eigene Aktien dann zurückzukaufen. SES Global hat derzeit 70 Satelliten in zwei verschiedenen Umlaufbahnen und erreicht fast 370 Millionen Fernsehaushalte weltweit. Ein moderneres Satellitensystem ist M-Power. Hier wird eine Hochleistungskonnektivität hergestellt. Sechs Satelliten sind im mittleren Erdorbit unterwegs. Und ab dem zweiten Quartal werden dann auch eben diese leistungsstarken Konnektivitätsdienste überall auf der Welt angeboten. Hochgeschossen wurden die Satelliten übrigens durch eine Falcon 9 Trägerrakete von SpaceX. Und Boeing wird nun weitere Satelliten fertigen, womit sich die Flotte zukünftig auf insgesamt 13 Satelliten erhöht. Die Aktie steht bei rund 6 Euro. Das Kursziel von Börse Online wird mit 8 Euro angegeben. Ein Kaufrating für die SES. Die nächsten drei Wochen bin ich im Osterurlaub. Daher werde ich mich etwas weniger mit einem Podcast melden. Ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute. Ich melde mich aber wieder vor allen Dingen nächste Woche. Viele Grüße. Das Kursziel von Börse Online